Freunde, ich hab da was für euch. Gerade wer sich ein bisschen mit Smartphones auskennt, der kennt die zwei wichtigsten Display-Technologien, LCD und OLED. Natürlich gibt es da draußen neben Smartphones aber noch weitaus mehr Produkte mit Display, ganz groß und zwar im wahrsten Sinne des Wortes sind da natürlich Fernseher, aber auch Monitore. Auch dort gibt es LCDs und OLED-Displays, wobei die OLEDs erst nach und nach den Weg auf den Markt finden und momentan noch recht teuer sind. Samsung arbeitet nun aber schon seit einiger Zeit an weiteren Displays, nämlich an transparenten Displays und einen davon habe ich auf der Samsung Roadshow in Köln entdeckt und ihn direkt vor die Kamera gezerrt, also so halb, eigentlich habe ich mich eher um ein bisschen Platz bemüht, um ihn in Ruhe beim Arbeiten zuzuschauen. Das Display hatte eine Diagonale von 55 Zoll und eine Full-HD-Auflösung, was die Leute dann aber natürlich zum Stehenbleiben gebracht hat, war die Möglichkeit durchzuschauen und gleichzeitig etwas darauf anzuschauen. Neben ein paar wichtigen Informationen zum Display selbst, nämlich dass es ein transparentes OLED-Display von Samsung ist und die weltbeste Transparenz bietet, konnten wir auch schon ein erstes Anwendungsbeispiel sehen. In diesem Fall hat man das Display als, ich sag mal, Werbefläche und oder Schaufenster dargestellt, auf dem weitere bzw. vertiefende Bilder und Informationen zum Produkt eingeblendet wurden. Verkauft werden sollen in diesem Beispiel hier jetzt ein, ich sag mal, schniekes Strandoutfit, also werden auf dem Display einfach ein paar Fische, Schiffchen, ein Strand oder sowas ähnliches eingeblendet, also Dinge, die man mit Urlaub zum Beispiel in Verbindung bringt und vielleicht noch die ein oder andere Emotion oder direkt das Verlangen danach weckt. Natürlich lässt sich die Ware so aber auch deutlich außergewöhnlicher präsentieren und auch mit weiteren Informationen koppeln, sei es mit irgendwelchen Preisangaben, Sales-Schriftzügen, Infos zur Herkunft der Produkte, nette Sprüche oder einfach kurze Geschichten und so weiter. Der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt, euch fällt da bestimmt auch noch der ein oder andere Fall ein. Wichtig sind hier aber natürlich noch zwei weitere Punkte, Helligkeit und Farbwiedergabe, am Ende ist es ja doch irgendwo noch ein Display. Natürlich stand das Display in einem geschlossenen Raum ohne Sonneneinstrahlung, aber das was ich gesehen habe, das war tatsächlich schon sehr ordentlich. Die Helligkeit hat vollkommen ausgereicht und auch die Farben sahen gut aus, das könnte man jetzt natürlich mit irgendwelchen Fernsehern vergleichen, das darf man aber einfach nicht machen, weil es hier um eine wirklich komplett andere Kategorie geht und in dieser einfach noch ganz am Anfang stehen, sage ich jetzt mal. Mein erster Eindruck war aber wirklich gut und ich bin extrem gespannt, wie die Zukunft ausschauen wird, wie, wo, wann, in welcher Form wir diese transparenten Displays erstmals zu sehen bekommen, all das weiß ich noch nicht, aber ich dachte, so ein kleiner Blick in die Zukunft dürfte nicht nur mich, sondern auch euch interessieren. Auf der Roadshow habe ich mir dann noch mehr angeschaut, zum Beispiel einen Kühltranken mit 22 Zoll großem Display und auch dazu wird dann in den nächsten Tagen oder Wochen noch ein Video kommen. Lasst mich doch einfach mal wissen, ob euch Videos dieser Art gefallen und das interessiert mich noch deutlich mehr. Was für smarte Produkte für euch oder was ihr euch für die Zukunft wünscht an smarten Produkten, das kann wirklich alles sein. Ich bin da sehr gespannt, wie ihr euch die Zukunft so vorstellt. Lasst uns darüber doch einfach mal ein bisschen in den Kommentaren quatschen und austauschen. Das war's von mir, dem transparenten Display von Samsung und von diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. 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 ишь